Musik Mindestens einmal im Leben muss man das Naturphänomen schwarze Sonne gesehen haben. Es handelt sich um eine Vogelschar, die aus tausenden von Staren besteht. Musik 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 Wie zu einem Ballett versammeln sich die Stare vor Sonnenuntergang in der Luft über der Marsch an Stellen, wo die kommende Nacht verbracht werden soll. Musik Dabei hieben sie den Ortswechsel, um die Greifvögel wie Falken und Habichte zu irritieren, die gerne einen Starr fangen und verspeisen würden. Musik Musik Die Marsch ist eine unerschöpfliche Speisekammer voller Larven. Musik Von Schnaken und Gartenlaubkäfern. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020